Hallo Doris! Wie gehts? Willkommen bei den Skylife Nuggets. Du hast lustige Sachen an? Ja. Was machen wir heute? Fliegen! Fliegen! Super, cool. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Ja, danke! Du bist total verrückt, ich würd's nicht machen. Nö, überhaupt nicht! Ich mache das so nonstop. Aber wir werden eine gute Zeit da oben haben, wir haben Spaß dabei. Hast du ein Geschenk bekommen zum Geburtstag oder so? So Silberhochzeit. Silberhochzeit. Im Februar. Die letzten Worte. Die letzten Worte. Und dann kommen sie alle wieder. Genau, so sieht's aus. Viel Spaß! Ich-Chinated. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020